wie gesagt keine ahnung es fehlt aber ich mach das kurz du musst einfach nur eine Tasse drücken okay für das Oller wird er sterben das heißt Krieg dann sag denen das nein das war ein Späßchen ich werde jetzt eh hin und mach die tot wenn du das sagen würdest viel Spaß ich hörte du kommst doch so deprimiert wieder okay es hat nicht geklappt 3 gegen 1 jetzt hier vielleicht nur ein paar Trinke brauchen soll unsichtbar trank oder so oder Wodka ich will nur mal gucken alter leck das ja trotzdem wird sie unsichtbar machen können ich will nur mal gucken wie die ausgestattet sind man sich mal kassieren wäre aber geil kann man dann auch doch den Namen sehen oder nicht so leicht du darfst keine Rüstung tragen du musst auf deine Uhrzeit achten wieso wenn man ganz genau hinguckt sieht man sieht man manchmal ein bisschen was aber im normalen Verlauf achtest du da nicht drauf ist doch sauscheiße ey du darfst keine Rüstung tragen weil die nicht durchsichtig wird toll das ist die Idee alter Junge verpiss dich ich hab' ich mit dem Schwert weg nachher erstellt hast du mir jetzt ernsthaft in Whatsapp die Koordinat geschrieben hat statt sie dir einfach so mal einzusprechen als irgendwie was also ich hab' immer Block neben dem Computer liegen wo ich mir was aufschreiben kann ich hab' hier immer mhm so Merkzettel wahrscheinlich laufen dir gleich Pferde über den Weg ich hab' keinen Sattel mit und ich hab' nicht weil die Pferde fährt so ziemlich ich hab' auch wieder Lava ey du willst dass keiner aus uns Pferde hat oder? die anderen haben sie so schon Pferde wer denn? äh haben sie nur gesehen nein sie haben auch Pferde meinten sie sie haben Sattel vielleicht sie haben aber Pferde also du hast da noch nicht komplett ich hab' vier Stacks jetzt üben das heißt morgen gibts wieder Schwein zum Frühstück ja und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft ähm let's play Minecraft genau let's play Minecraft M&M ich hoffe meine Aufnahme ist gar nicht abgeschmiert wie ich zu Rühl und so weiter gelaufen bin und wie wohnt die hier auch wenn ich nicht weiß warum die wohnen hier oah fuck leckleckleckleckleckleckleck oah lecks auf diesen Baumhäusern sind irgendwie gefährlich ich könnt sie grad so gut vom Baum schmeißen oah fuck so gute Chancen im Untergrund warum komm ich dann zu euch? oh mein Gott das sind so viele Schweine ich liebe dieses Spiel nein wirklich ich liebe es ich glaub sie denkt ich will ihre Stadt auslöschen ja das sollten wir auch okay sie schreibt's was heißt sie ist must erase halt was willst du überhaupt? oh mein Gott also Schattenborn ist so ein bisschen unsympathisch ich weiß Jörg möchte ich aber ihm wird auch bald der Krieg erklärt Schattenborn und Skyblazer ja aber wir müssen Rühl-Chan irgendwie da raushalten ich weiß nicht sie hat schöne rote Haare ja darauf stehe ich das ist schön schön feuchten Keller ne? schön feuchten Keller oder was? schön feuchten Keller oder was? oder Fahrt ja schon klar verstehe ich nicht verstehst das verstehen wohl nur Gärtner oder Leute die das kennen von Gärtnern für Gärtner für Gärtner dass ihr ja ne ne benennte ähm sie sperrt mich ein oh das ist ne gute Idee das war ich nächstes Mal Alter das kann man auch dem Text geben oder? was du denn da rausschreibst ist ja deine Sache ich denk dann nur so ans Hauspark mit dem Milchmann und sowas ja das war das nächste Mal ankündigen und 2-3 Wochen auf eine Antwort warten Alter ernsthaft wenn ich ihn sehe ich überlege ihn zu töten ich überlege auch einfach auf ihn loszugehen und ihn zu schlachten ich will ja sehen wie die equipped sind ach da unten ok ich seh schon der rum ich will ja nur sehen wie die equipped sind ich will ja nur sehen wie die equipped sind ok OneGames ist auch hier ja wie kommt der da hin der ist genau so equipped wie ich er hat ein verzaubertes DR-Schwert und ne volle DR-Rüstung und ich bin fast tot hast du ihn getötet hat er dich angegriffen nein ich hab nur 3 Leben ne ist falsch mach ich sorry das ist ne angewohnheit boah das laggt schon wieder so Alter ernst nein 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 hat er dich auch grad so übertrieben den Lag? ja das ich glaub immer wenn ich einen Gravel abbau und wenn ich ihn lag ja dank diesem übertriebenen ja oder wenn ich ganz viele Hühner abschmeißen bin das gilt auch Oh, der ist schon wieder gewitter. Der Fuß wahrscheinlich kommt gleich als schlauer Spruch. Naja, wahrscheinlich wirklich. Ja, kann ja sein. Okay, er darf das aber nur, weil ich das mal gesagt habe. Okay, die haben echt beschissene Secrets. Oder zumindest laufen sie hier gerade nur in... Er hat einen verzauberten Eisenhelm. Und eine Eisenrüstung und er hat auch nur eine Eisenrüstung. Ja, ich habe auch eine Eisenrüstung an. Ich auch. Rülchan hat gerade gar nichts. Ja, das ist verbrannt. Warum verzaubert man seinen Eisenhelm? Und er hat einen Zombie getroppt. Und sie hat echt einen geilen Skin. Danke. Bitte. Ich agge gerade Schattenbohr mal. Wenn sie dich töten, dann ist auf jeden Fall Krieg. Das ist euch allen bewusst, ne? Alter, wenn sie mich töten, ich raste aus. Wow! Alter, die haben mich fast von ihrem Baum ausgeschmissen. Gar nicht mal. Bist du versichert? Und seine Axt, äh, seine Spitzack ist kaputt gegangen. Hast du eine Versicherung abgeschlossen? Schwarzpulver. Ich höre ganz kurz meine Spitzack nicht drauf. Äh, ist Schwarzpulver für irgendwas zu gebrochen außer TNT? TNT. TNT? Danke, Leute. Ihr seid richtig hilfreich heute. Tränke. Bitte. Explosivgetränk. Äh. Hier fürs Brauen, na. Geil, kann man damit dann Wodka machen? Alter, ich hab Angst, dass die mich hier runterschmeißen. Wir sind hier am Rand. Ich hab richtig Angst, dass die mich hier runterschmeißen. Ja, die haben hier aber überall nur Rand. Die haben hier nichts, was geschlossen ist. Ich würde mich auch runterschmeißen. Nichts. Das bedeutet nichts. Ja, ich würd mich ja auch runterschmeißen. Das ist ja das Problem. Ich würd mich ja einfach runterschmeißen. So, zack. Da hätt ich so'n Spaß dran, Alter. Ich könnt dich ja alle gerade so gut runterschmeißen, aber ich mach's ja nicht. Übrigens, das Dschungel hört sich extrem cool aus. Als Bretter. Dann geh doch in die Stadt, wenn der das Holz umdringen fährt. Wir bleiben bei Eiche. Ich bleib ja auch bei Eiche, sonst können wir nichts anbauen. Oder besser, wir können nichts anbauen. Ach, scheiße. Ich will meinen Unendlich-Bogen nicht so viel verwenden, aber mein anderer, also, aber dann muss ich die ganze Zeit Pfeile haben, und das ist beschlossen. One Games TV ist jetzt aber Thomas. Ja, das ist ein paar Jahre. Also, ein paar Jahre. Bist du schon so Best Friends mit, dass du ihn schon die ganze Zeit Thomas nennst? Nein, aber das find ich einfach nicht so verwirrend. Ich will ihn mal fragen, was er jetzt mit seiner Anspielung in Part 16 meinte. Ob der jetzt wirklich ne, ob der jetzt wirklich ne, ne, nicht Angriffspakt mit uns will. Ich könnte ihn so gut runterschmeißen. Er meinte in Part 16, oh mein Gott, die sind voll gut equipped. Was? Wir sollten nichts Angriffspakt mit machen. Voll gut equipped. Meinte er. Wir sind voll, Alter, ich mein, ich bin da in Eisenrüstung hingeschwommen, einfach nur mit dem Diamantspett, und er meinte so, ne, er meinte irgendwie, er hat Angst vor uns. Ich mein, gut, das kann ich verstehen. Wir sind immer zu dritt. Manchmal auch zu zweit. Immer. Ja, aber meistens halt zu dritt. Oder so, ich erzähle es nicht. Du musst ja an, ich wollte nicht kommen. Er hat ne Diamantschaufel, ne verzauberte. Das nötigste Waffen wir haben. Ne, das wird für heute nichts. Was haben wir bisher verzaubert eigentlich? Nur Waffen. Waffen. Ja. Und Fishing Rod. Und ich hab ja auch irgendwie so dreimal 30 Level fast verloren. Ich wollte grad sagen, ich hab da in den letzten Folgen auch ein bisschen Pech gehabt. Ich bin jetzt übrigens wieder Level 28. Und du nimmst grad auf, ne? No. Ja. Ich nehm' wir auf. Wow, schade. Ich wollte grad Danke schreiben. Jörg? Jo. Was war das? Was soll ich gemacht haben? Du hast den Free Fire explodieren lassen. Nee. Bin, äh. Ich will ein Hauen. Ich will ein Hauen. Ich will ein Hauen. Ich weiß, was euch Angst, dass er runterfällt. Nein, ich bin in der Mine. Ja, aber das grad ein Free Fire explodiert. Ich war's nicht. Ist einer von denen bei euch vielleicht? Es könnte, es könnte auch ein Ding sein, äh, es könnte auch ein Blitz sein oder so. Nee. Errol-Chan ist jetzt auch da. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht in der Mine bin. Ey, dass ich in der Mine bin. Oh, ich könnte Schattenbauer so schön töten. Ja, aber ich hab hier grad mit Infusionsgrosch gehört. Ich könnte ihn so gut runterschmeißen. Ich würde ihn nur noch von auf meinen Ohren. Ich könnte ihn so gut runterschmeißen. Da wäre das schön. Da wäre das schön. Oh, Freddy, bitte gib mir den Befehl, ihn runterzuschmeißen. Ja, ich möchte das nicht. Und dann laufe ich. Aber dann laufe ich richtig. Wird er dadurch sterben? Ja, das ist so ungefähr 20 bis 80 Blöcke hoch. Er hat keine verzauberte Rüstung, nur Eisen. Er wird locker dadurch sterben. Also, wir sind eine Demokratie. Jeder kann selber entscheiden, was er machen möchte. Ich bin nur für politische Verhandlung da. Sag ich mal. Du bist unser Führer, also gib mir den Befehl, ihn runterzuschmeißen. Hier, dann machst du sowieso das, was er will, wenn du möchtest. Ich würde es nicht machen. Ich weiß nicht, gleich steht es so. Ich habe mich schon so gefreut, dass irgendwie die Nachricht so kommt. Schattenbauer was died as a try to escape from the fishing. Nein, das ist so. Ich habe noch solche Stellen. Warum bist du? Bist du hier? Um dich zu töten, schreib doch mal. Hab ich schon. Schreib mir vor Attentäter. Achso, schade. Attentat, nur die Frage ist, auf wen? Aber ernsthaft, wie ist OneGames da so schnell hingekommen? Naja, die wohnen mehr als wir. Boot gecrafted, einmal komplett übers Meer gefahren. Ich bin überall. Ich bin ein Wiese. Nein, mal ernst. Nein, nein, der wohnt viel weiter weg als wir. Okay, mit dem Boot ist schneller, aber dann wird doch gekriegt wegen Flying. Siehst du? Ne, ne, eigentlich auch nur zu Besuch. Okay. Ich glaube, als nächstes besuche ich mal Skyplaser. Und logge mich dann da aus. Und warte, bis die On kommen. Ja, leider. Ich frage, warte mal. Nein, da ist es nicht hier. Ich frage ihn, das ist privat. Ähm, ob man nicht mal Wahlen abhalten könnte. Ich lege jetzt in Irils Bett. Und Paya wichst mich voll oder so. Oh, jo, geil. Oh. Jörg, hast du Lust auf Chicken Wings? Ja. Ne? Ah, zu gut, ey. Was möchtest du denn haben? Nix. Ein Steak? Kapoffel. Kapoffel. Der Trink ist Lüge. Der Trink ist Lüge. Ernsthaft, wenn ich eine Möglichkeit hätte, alle runterzuschmeißen, ich würde sofort machen und weglaufen. Würdest du nicht. Aber instant. Du bist trost durchgeordnet. Doch, alle bis auf eurem. Hättest du die Leitung nicht einfach einen Block unter den Boden legen können? Würde ich einfach rauslassen. Die Redstone Leitung. Du wolltest du nicht. Ja. Schattenbohrn guckt mich schon wieder komisch an. Ich glaube, der Schubstresspire. Ja. Ein verzauberter Bogen. Ne, doch nur so eine verzauberte Schaufel. Ich spiel mir meine Gegner immer gern erstmal aus. Und ich sie produziere jeden als Gegner. Du greifst mich immer an. Ähm, Jörg, dein Dach ist übrigens noch nicht fertig. Das ist dir bewusst, ne? Ja. Ich habe es ja rumgeschlagen. Und dein Garten ist nicht so gut gepflegt. Nö. Da ist zwar immer Dreck drin. Das war mein Bogen mit Knockback und Nathan. Achso, auch noch. Mein Bogen hat Knockback. Ne, Power. Ne. Aber Power ist doch nur Knockback, oder? Sonst würde der ja in Knockback stehen, ne? Ich hätte auch mein Dier-Schwert nehmen können mit Knockback 2. Dann wäre er auf jeden Fall geflogen. Ich meine, ich habe ja jedes Mal gesehen, wie Freddy damit gekriegt. Den nicht. das ist ein bisschen nervig übrigens ich weiß und ich muss den park glaube ich gleich beenden so je nachdem wie lange das jetzt war lasse ich das vielleicht einfach drin was jetzt noch kommt ok pia holt ab ich glaube ein pia hinterher schnell wir brauchen noch ein gästehaus wollen wir nicht gleich ein hotel machen du bist der einzige architektisch begabt das alles was ich machen kann das krasse anpflanzen hier kann ich auch mein er kann türme bauen weißt du thema fachwerk jörg bauten tuchen ist kein turm ist genauso hoch wie fischig nein fischig ist kleiner das dach ist vielleicht ein bisschen anders nicht ein bisschen dann stand halt das wollte sie auch nicht mehr haben also thema fachwerk sandstein ist nicht so gerade das thema jörg ja ich denke mal zu denen ich habe die jetzt mal ausgekundschaftet ich habe noch keine ender chest bei denen wir sind der brüssel kostet auch keine ender chest hier schweine gang bang kann ja mal betreuen ich würde mich ganz gerne meine russis helfen ich weiß die ist schon nicht angeschlagen weil ich hierher gelaufen bin ich gehe mal in deren mine ok die haben eine unterirdische zucht ich bin gerade in deren die haben pilzkühe was wir wollen auch welche der prima ist ja und die pilzkühe haben da auch offen die haben ihr felder hallo ihr will schon oh die haben hier ein lagerhaus gleich mal durchsuchen alter haben die viel essen und so ein kappes sind die besser als wir nein niemals sand haben sie endlos ähm bisschen dies und bisschen das aber die sind komplett unsortiert mit zwei kleinen was ist das lime green guy ok den brauchen sie warum guckst du in unsere kisten weil ich kann du wolltest da was reinlegen wow die haben nur die haben nur vier kisten ernsthaft die haben nur vier kisten tschüss also die haben jetzt wirklich pilzkühe und wir nicht ja wir machen was falsch wie wichtig pilzkühe sind doch im ähm moment wo haben die sie her ich hab doch gesagt wo letztes auf dem server war ist unten auf einmal diese pilzwelt da entstanden ja aber ja ne zwei aber die haben die die über die kompletten kochen mitbekommen ich mein das war schon ne arbeit das pferd zu holen ja ich baue die ja gerade dauernd wieder ein mit dreck ja das ist so gut ja das ist niemand dreck tschüss ja ja herrlich herrlich ich glaube ich tot herrlich herrlich fuck hu hu ich bin deswegen fast gestorben ja oh guck mal die haben hier noch ne farm ja alter was die hier alles unten haben ey aber alles total unstrukturiert die haben auch nether portal ja ich guck mal wo die auskommen mach ich gerade ich wette uns ist das einzige nether portal was funktioniert ach es ist nicht schön ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin hier okay die kommen auch dort die kommen wo ganz anders raus die kommen woanders raus shit alter die kommen über den riesigen Laverse raus ich gehe sofort wieder zurück und wieder da bald gehen ja deren portal funktioniert richtig also wir haben auch schon probiert unser portal abzubauen und dann wieder aufzubauen oder ja ja Paya hat gesagt ihm tut das leid dass unser portal nicht funktioniert ich weiß ja warum unser portal nicht funktioniert man kann es aber nicht fixen nein weil der nether abgeschnitten ist weil das eine selbstgemachte welt ist sozusagen ich habe übrigens keinen plan wo ich bin dann kann den netherdorn dann nachträglich in den server files in den map files ändern ja glaubst du das kriegt der hin das macht der arbeit thomas kriegschlösschen das sind ja nur wir ne alter er meinte er würde das auch gerne haben ich werde ihn noch mal fragen ob wir das machen können ich meine da ich ja jetzt eurer ansicht nach sein bester freund bin macht er das bestimmt meiner ansicht jörg hat das gar nichts gesagt halt die öff daraus sorry jörg hä du freust die freunde auf den Sock magst du mir einen blasen schreib das bitte das war's doch nicht wirklich das war's doch nicht wirklich du bist so ein assi die haben ein Pferd die haben ein Pferd ich reiz jetzt mit dem Viech weg tschüss das war unnötig mein Freund jörg das war unnötig mein Freund aber ich bin nicht dein Freund scheiße man alter du machst mich fertig und du beschwerst dich über meine alten Worten das war ne Gegenfrage sorry meine Aufnahme war auf einmal weg ich hab keine Ahnung was noch drauf also ich hoffe die schöne Unterhaltung war grad drauf wenn nicht ich mach hier jetzt mal Chat ein es gibt kein Chat übrigens also es fängt an mit ähm von ihr also ich hab Tür geschrieben weil ich durch das Portal gegangen bin im Neta ich weiß nicht ob das noch drauf ist und dann hat sie geschrieben bin ich halt zurückgekommen weil die irgendwie sonst wo dass sie die Aufnahme auch vorher angucken kann ja hatte ich aber keine Lust zu tun und dann bin ich zurückgekommen und hat sie gefragt Max zu sehen hab ich einfach gefragt Max mehr an blasen und sie fand das jetzt irgendwie unnötig oder so war's ja auch alle fanden es endet sich wann geht es wieder ja wenn er dich tötet dann töten wir ihn hui Jörg bist du ja immer noch eine Miene jup weißt du du bist einfach so die ganze Zeit still und wienstle und in seinem Arm kommst dann wieder und sagst so ja ich hab alles gefunden ich hatte vorhin 45 gemacht und die aber ich hab's auch schon wieder du willst mir sagen du hast jetzt schon diesen paar 50 Diamanten ja ne ich hab's aber ein bisschen mehr weil ich mir dann schon nur eine Spitzhacke gemacht hab die umringen mich grad mit drei Mann bin jetzt auch gleich das dritte Mal Level 30 heute die überdringen... die umringen mich mit drei Mann wollen die dich töten ich hab keine Ahnung Jörg hier ist ein Loch im Boden mit Eisenrüstung und OnePyre halt mit verzaubertem Schwert und Diamantrüstung mhm Jörg hier ist noch ein Boden das ist gefährlich hm wofür bist du eigentlich ich drehe mich jetzt einfach um und gehen wieder in deren Häuser wollen die auch nicht ach hier wirst du ich glaube wenn man die Treppe runter geht hinten die Treppe also hinter der Treppe denn achso achso hi Möchten die Sex mit mir oder warum belagern die mich so sicherlich ähm Jörg hier ist das gefährlich das musst du ausbessern hier vorne ist ein Loch da wäre ich fast reingefallen hier vorne ja siehst du das da ist ein Loch da könnte immer drin sterben sie werden sich nicht angreifen siehst du das das ist gefährlich sie greift mich an wirklich? ich bin leicht tot tschüss unterschreibt